Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Edge und ja, ich lege dann hier auch sofort los und ja, was soll ich erzählen? Letztes mal haben wir halt schon angefangen bei diesem Letztest oder wie auch immer und ich weiß, ich bin gerade hier ein bisschen verwirrt, weil das ist doch ein sehr interessantes Konzept gerade mal da sich das Level hier gerade teilweise erst aufbauen muss, ist da ein Knopf drin, okay, geht auch, so, nein, ah, interessant ja, was soll ich dazu sagen, ich begrüße euch hier halt nochmal herzlich willkommen bei Edge und ja, Edge mir egal, nee, doch nicht hier, äh, keine Ahnung, was ich hier gerade labere ich versuche einfach hier das Spiel zu lösen, weil es doch ein wenig kurios ist also, äh, es ist mal ein ganz anderes Spieleprinzip, wie man das sonst so kennt, jetzt wurde ich sogar geschrumpft damit ich hier drunter durch klettern kann, oh, hier kann ich sogar Wände, oh, da kann ich sogar ganze Wände mit hoch, das ist natürlich interessant und jetzt bin ich wieder so ein großer Platz, na super also, das kleine finde ich doch irgendwie interessant so und da sind wir auch schon durch mit diesem Level, mit dem ersten Level in dieser Folge ja äh, Tone 4, Brüßmen, ja, alle gefunden Vertex what the hell, okay nein ähm mh shit hallo so, geht doch ich hab noch ein anderes Würfelspiel mehr gekauft also, äh auch mit so Würfeln hier äh, nicht so ein Spiel mit, so Spielewürfeln mit Spielbrett und so, ne wie man das so kennt ach, komm schon so schwer, Kollege so geht's doch einfacher oh, okay das ist so ein bisschen Labyrinth mäßig aber ein sehr einfaches Labyrinth okay dort hinten hab ich nur noch ein Prisma gesehen ah, okay jetzt kommt ein Knopf in der Mitte hoch okay ja, ich wusste nicht, wie ich da hinkomme sollte ich drück einfach mal immer auf alle Knöpfe yay, yay so ein bisschen Kettenprinzip ich weiß nicht, warum ich grad verkackt hab wow, komm schon wow wow okay interessant also, das Spiel macht auf jeden Fall sehr viel Spaß Errungenschaft freigeschaltet Millimeter ja okay ähm das kenn ich eigentlich nur bei der Musik den Equalizer Mist dass dieses Ding mich immer verarscht oh, ich bin sogar gleich auf der richtigen Seite genannt na dann bam so ähm okay so 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 okay kommt einem vor so ein bisschen wie Disco okay ähm ach so aha okay nein warum okay so ist auf jeden Fall sehr interessant muss man ja sagen okay so okay komm schon so ich hätte vielleicht da einfach nur drauf bleiben müssen dann hätte ich es vermutlich auch geschafft so so okay okay na toll so okay so okay nein 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 man oh okay geschafft okay 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 interesting hier im Hintergrund da sind auch so kleine Plattformen mit Würfeln nein nein warum okay ja ähm das das war nicht ganz so gut aber das war nicht ganz so gut aber sehr gut aber ob es auch macht Spaß und man kommt okay das sieht aus wie so eine Blockautobahn also also Level Design auf jeden Fall interessant wow ah nein komm schon nein da will ich gar nicht hin komm schon da kommt man gar nicht raus so boah okay äh okay ähm ach so ähm hallo ah da muss man versuchen erstmal hinzukommen ja das könnte interessant werden ähm komm ich vorwärts? ich glaube ja ne zwar nicht besonders schnell aber immer ein bisschen gleich bin ich da aha ach geht doch ach hat ein bisschen gedauert aber okay da fällt man doch am besten so mit ähm nein nein so und so muss man mal wieder rechtzeitig absteigen so Mist hier muss man auch wieder aufsteigen nein so nicht okay komm schon so okay jetzt heißt es Mini-Würfel-Labyrinth ähm okay kann ich hier kann ich vielleicht da ach so von oben rein denk ich mal ja jo okay das war nicht einfach sieht auch sehr würfelig aus haha kriegt man ja viereckige Augen ne okay so weit so gut nein 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 das ist alles sehr verarschmäßig hier aufgebaut so okay nein okay 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 bin drüben super so mhm nein so einfach warten bis man rumgefahren ist so ja okay irgendwie auch ein bisschen verarsche so mhm mhm okay juhu kleiner Würfel kleinvieh macht auch Mist und diesmal sogar klein Würfel macht auch Mist hallo? so ich glaube der Würfel ist jetzt genauso groß wie wie diese hier die Prismen die man einsammeln soll BAM das war glaube ich auch ja Tode elf Prismen elf ich sterbe so oft wie es Prismen gibt und naja äh okay erstmal zu Beginn fast nix machen Mist und dann elendig versagen wo man mal was machen soll das ist mhm 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 ja war klar ne ich stell mich grad n bisschen doof an merkt man sicher nicht ne Ganz professionell Die Musik ist geil Okay, lass das singen mal besser Okay, mein Gesichtsausdruck will man dazu grad nicht sehen Enttäuschung würde man das nennen Okay Äh, ja Immer wenn ich mal kurz nicht nachdenke, dann falle ich irgendwie runter Liegt vielleicht auch, dass die Musik mich grad mal ein bisschen nervös macht Weil die dann doch ein bisschen komisch grad mal ist Aber sie gefällt mir Yeah Nein Oh, nee So, Konzentration So Ich weiß nicht, was ich dabei erzählen soll Grad mal Äh, Mist Ich kann nur sagen, dass das Äh Spiel ein Heiden Spaß macht Grad mal Oder Zum Zumindest relativ viel Spaß So Ähm Geh ich doch hier lieber hoch Und überspringen den schwierigen Teil Oh Einfach geradeaus Na gut, okay Machen wir es vielleicht doch Mal zwischendurch anhalten Mann Ich trau dem Frieden grad nicht Okay Okay So Geh doch Dort hinten sind auch noch Flächen Ah Okay Sieht so ein bisschen aus Als ob die Blöcke tanzen würden Okay 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 So Ist grad gar nicht mehr so einfach Aber geschafft haben wir es Ja Oft gestorben Immerhin alle Prismen Aber Auch nicht ganz so einfach Okay Es ist die Musik so mysteriös Ah Okay Also Zuerst der Dann der Dann der Muss man hier Codes eingeben Äh So So Ah okay Nein Also der 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 Und dann der Man sieht das ja schlecht Ob die bereits aktiviert sind Oder nicht Okay Ah Dann muss ich hier kurz aussteigen Und dann Oh Das war knapp So Dann geht das Ah Okay Wieder was gelernt Cool Das Level war mal Ein bisschen interessant Ich bin sogar Nullmal gestorben Krass Aber wegen der Zeit Wahrscheinlich nicht so geil Hm Komm schon Hallo Das Tempo ist dann doch ein bisschen schnell Glaub ich So Schade ich würde da gerne hoch So Wahrscheinlich wieder das gleiche Ne Ja Hab ich mir gedacht So Und rüber Ja Klappt doch Okay So Mist Man muss genau den Richtigen Moment Treffen Ohne runterzufallen Ja Ah Okay Hier vermutiert das gleiche wieder Ist aber gar nicht so leicht Zu finden Okay Geht aber Hier wieder das gleiche Aber ja Ich guck mal was man Mhm Hier könnte man auch ein bisschen Cheaten Aber da würde man nicht Alle Prismen Mitnehmen Äh Das ist Natürlich nicht Das gewünschte Denk ich mal Okay Hier bringen wir einem Das langsam Weil das scheint Alles noch irgendwie Tutorial zu sein Ah Okay Gut Äh Das klappt Okay Ähm Ähm Scheiße Wie soll ich denn da hinkommen Jetzt Ich muss ihn nochmal sterben Scheiße Dann lande ich ja auch wieder nur dort Ähm So Ich hoffe die Blöcke gehen dann nicht gleich weg Nein Da wollte ich gar nicht hin Scheiße Kann ich hier nochmal zurück Ja Schaffe ich es vielleicht Ja Aber jetzt komme ich da vermutlich nicht mehr rüber Es ist doch scheiße Ich glaube ich starte das Level nochmal neu Weil eigentlich ist es gar nicht so schwer Ja Das war blöd So Ähm So Mist Okay Nein Nein Komm schon so schwer ist das nicht Ach komm Kann ich auch gleich neu starten Hey das kann doch nicht wahr sein Jetzt bin ich mal ein bisschen ehrgeizig Was war das denn Hallo So So Jo Jo Geht doch So Ähm Komm schon Mist Okay Nein Wieso genau dort So Das war dämlich So Komm schon Hä Wieso schaffe ich das jetzt nicht mehr Eben hat es so gut funktioniert Hä Ich habe doch gar nicht in die Richtung gedrückt man Hm Na gut Komm schon So Geht doch Knapp Aber es geht Okay Nein Nein Okay Ich gucke mir das hier nochmal an So Okay Ähm Ha Geschafft Geht doch Okay Die Zeit wird vermutlich nicht die beste sein Denke ich mal Aber Ähm Mist wie komme ich denn da jetzt ran Ähm Sie wohl doch erstmal in die Richtung Lüftschwemenden Knöpfe Na super Geil wie ein Roboter Wie so ein Jump and Run Und jetzt Amor strecken Und Ähm So Okay Na das geht ja noch Okay Ähm Wie ich gerade gemerkt habe Ist mein Timer leer gewesen Und die Folge Ist bereits Auch zu Ende Von daher Von daher sage ich Äh Tschüss Bis zum nächsten Mal Und äh Ich gehe jetzt erstmal ins Hauptmenü Und Oh Wir haben noch Ich guck mal kurz hier Äh Ich weiß nicht Ob das hier auch noch verschiedene Sind Aber auf jeden Fall Ist am Fall Level 19 Und haben noch Ja Bis 48 vor uns Und ich würde sagen Da spielen wir dann auch Wenn nicht Bei der nächsten Aufnahme Weiter Von daher verabschiede ich mich Und sage Cheerio Bis zum nächsten Mal Dann Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020